Nein! Oh Scheisse! Wow, verdammt unfair! Verdammt unfair! Ich will da raus! So wie es aussieht, müssen wir schon wieder in diesem Park pressieren. Ja, mhm. Hey, der kann da einfach rauflaufen, wie unfair! Ja, muss man überhaupt noch etwas dazu sagen? Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, die springen einfach nicht so gut. Ja, ich treffe das einfach nie! Ja, klar! Ja! 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 Oioioioi! Ja, wie soll man die Arbeit... Ach so! Ich habe ganz vergessen, dass das geht! Uwo! Uwo! Ne, das schaffe ich nicht! Die Münze habe ich im Moment vergessen! Uwo! 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 Ja, der hat noch so eine Prozierung... Ja, mhm. Ja, das sind ja Troller hier! Was? Ja, komm raus hier! Ja! Ja, wer soll das... Ja, wieso ich hier... Ja, welche... Ja, genau... Ja, Their... Ah, wenn ich hier hin gehe... Ja, nein! Nein! Ah, Scheisse! Okay, komm raus! Komm raus, komm raus! Komm! So, Pratscht! Kraft zum Mauerlaufen! Was? Mauer? He-he! Scheisse! Super geil! Ich kann jetzt echt so... Wie mir gefällt, kann ich einfach da so... Oh, ich laufe mal da und wandel... Hä? Aber wieso kann ich da nicht? So. Ups. Okay, also es bleibt offen. Und du und du und du und du... Wie zur Hölle soll man das schaffen? Okay, so. Yey! Ich habe sie befreit! He-he! Man kann es auch verbrätschen! He-he! 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 Juhu! Schön der Wand aufgelaufen! Epic! Ich bin Spiderman! Was? Was machen die jetzt? 3... 2... 1... Go! Was? Hu! 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 Hä? Habe ich gerade noch etwas machen müssen? Ey, was? Okay, der Eingang ist frei. Sind wir glaube ich bei der Böse da? Schaut nach dem seine Phrase an. Ich finde das Ganze gar nicht so angenehm. He-he! Hallo! 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 Und... Wand laufen. Achso! Ey! Genial! Was? Das habe ich gar nicht gesehen! Was zur Rau? Ich bleibe echt stehen. Ich mache eigentlich nichts. Es... Es wird auch... Was für Rage-Dinger sind denn das? Hä? Aha! Ich habe jetzt eine Gemeinde schiessen. Die drehen jetzt auch völlig durch. Ja! Äh... Äh... Fair! Ich hoffe, Mama kann dazu schlaen zum Laufen. Aha, man kann. Dann wird das Spiel noch schneller. Krank! Hä? Ja, wie? Wie?! Oh! Oh! Feil! Also nochmal probieren. Oh mein Gott, die Aufnahme geht ja schon lang. Ja! Klapppapieren. Da haben wir noch das geht! Ja! Nein! Jetzt... Was mache ich nur? Hey! Unglaublich! Krass, hey! Krass, hey! Nein, man kann ich jetzt nicht helfen. Ah, da oben wäre es... Was?! Hey! Langsam nervt es! Wir sehen wieder... Sachen, die... ... die mich... ... die mich würde killen oder sonst irgendetwas. Jetzt rege ich mich doch langsam auf. So, so. Äh... Ah, da oben komme ich doch nicht. Wieso bin ich da oben gekommen? Wieso bin ich da oben gekommen? Ja, was ist denn mit diesen Rage-Teilern aus? So. So. Geht da oben. Hang, hang. Kopf, Kopf, Kopf. Was? Okay, nochmal probieren. So. So. Kopf... Fuss... Kopf... Hä? Oh, genial! Oh! Oh, da packen sie nochmal richtig aus. Okay. Was? No, da packen sie sich! Nein! 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 So. Juhu. Ah. Check. Kapieren. Hopp. 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 Ah. Ich habe einen Käfig verpasst, aber ich hatte keine Ahnung, wie dorthin kam. Oh. Urgell. Urgell. So lange ich hier einen bekommen habe, ist schon gut. Bye. Ich habe schon fast alle Charakten freigeschaltet. Ich glaube, das wäre es gewesen mit diesem Level. Wir sehen uns im nächsten. Aber vorher hole ich mir noch einen anderen Charakter, sonst habe ich ihn nicht vergessen. Weil der andere will unbedingt als anderen den Ringman. Ringman. Der kommt mir vor, als kann der viel höher kumpen. Beggebeggebeg. Bingo bangaboo. Was labert der? Hopp. Ja. Achso. Wir sehen uns im nächsten Part. Mit name Kletterwetter. Und ja, das wäre es gewesen. Bis gleich, euer Seem 12. Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal.